Hey Kinders, was geht bei euch ab? Die Giveaway-Skins sind da. Skinbaron war fleißig am Hasseln und hat uns einiges rausgekloppt. Ich hab geguckt, dass ich mich möglichst an eure Wünsche gehalten habe, beim Shoppen, und folgendes ist dabei rausgekommen. Da haben wir unter anderem eine USPS Kill Confirmed. Hm, ihr seht richtig. Richtig schickes Teil mit so einem Stickerlin drauf, den kann man aber bei Bedarf auch abkratzen. Der ist jetzt, äh, naja, nicht so mein Fall. Des Weiteren gibt es noch eine AWP Hyperbeast, die gibt's auch aktuell gerade im Livestream. Und der Livestream ist auch gerade jetzt. Also während du hier schaust, läuft der Stream schon, komm am besten direkt dazu. Die Streams finden jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr statt. Also dreimal die Woche, Dienstag, Donnerstag und Freitag. Komm gerade mal dazu. Dann gibt es aber auch noch die Kalash in Kopf, die AK-47 Neon Rider, richtig geiles Teil. Eine von vielen Seiten gewünschte Redline. Die Sticker und der Name-Tag sind hier auch optional, das kann man abmachen. Die Name-Tags sind auch alle nicht von mir, nur so nebenbei, ne? Die sind von den Vorbesitzern. Eine SSG-08 Dragonfire für alle Scout-Profis unter euch. Des Weiteren noch drei Name-Tags, damit die Skins ein bisschen persönlicher werden, also zumindest drei davon. Also sozusagen mit meiner Unterschrift drauf. Und praktisch noch, oh, wohl drauf. Zehn Keys. Davon werde ich jetzt drei benutzen hier in dem Video, um einfach mal drei Sachen aufzumachen, um zu gucken, was wir so ziehen können. Und die anderen sieben für die Livestreams. In den Livestreams läuft das so, dass man reinentert für den Key. Also man sagt praktisch, ich möchte das, was hier rauskommt, gewinnen. Aber bevor wir mit dem Key was öffnen. Das heißt, es wird dann ein Gewinner rausgesucht, aus den ganzen Leuten, die gerne was möchten. Und dieser Gewinner bekommt das, was rauskommt. Egal, was es ist. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Und das ist extrem spannend, weil man halt weiß, okay, das, was da rauskommt, bekomme ich. Wenn man Glück hat, ist es ein Knife oder ein Handschuh. Wenn nicht, ist es halt ein Blueskin oder sowas. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Das Ganze kommt von Skin Baron. Vielen, vielen Dank an euch. Es ist der Hammer, mit euch bepartnert zu sein. Und wisst ihr, was mir heute aufgefallen ist, als ich die Skins mehr oder weniger rausgesucht habe? Man kann, wenn man jetzt hier auf Gewehre geht und dann auf zum Beispiel AWP, hier direkt den Skin raussuchen. Wahrscheinlich ging das schon die ganze Zeit, aber ich war zu dumm, um das zu sehen. Das heißt, man drückt auf Hyperbeast. Und dann kannst du direkt hier einstellen, was für eine Abnutzung das sein soll. Also jetzt sagen wir zum Beispiel mal hier nur Minimalware und Factory New. Und drückst auf Günstigste. Oder halt auf Teuerste oder auf Schnäppchen, wie du es eben haben willst. Ich drücke jetzt mal auf Günstigste. Dann wartet man kurz. Und schon hast du die Liste nur mit den Hyperbeasts von hier günstig bis Hardcore. Ich finde das saugeil. Ist das mir die ganze Zeit nicht aufgefallen? Ich denke, ich bin einfach blind für sowas. Ich wusste, dass das hier drüben alles da ist. Ich habe es auch schon ein paar Mal angepriesen. Ihr könnt dann hier noch StatTrack dazuschalten und noch irgendwas. Und dann bekommt ihr genau den Skin, der darauf zutrifft. Der hier in diesem Rare liegt. Ihr könnt dann noch einen Preis eingeben und der eben StatTrack hat. So kann man dann natürlich auch mal um den Spaß bei den Messern gucken. Also man geht auf Messer und dann kannst du dir einfach runtergehen. Und dir den ganzen Schotter angucken. Und da sind gar nicht mal so selten richtig edle Sachen dabei. Natürlich ist Skinbaron unten verlinkt. Über meinen Partnerlink könnt ihr da reinkommen. Ihr habt am Anfang auch meinen Code gesehen. Wenn ihr euch anmeldet und diesen Code eingebt oder meinen Link nutzt, um Skinbaron das erste Mal aufzurufen und euch dann dort anzumelden, dann seid ihr über mich gepartnert. Oh, guck mal hier. Oh, Liggi! Dann seid ihr über mich gepartnert und ich werde dann eben an den Gewinn beteiligt. Aber ihr müsst das natürlich nicht machen. Ihr könnt euch einfach so auf der Seite anmelden. Soweit zu dieser Entdeckung von mir. Also ich habe das echt nicht gewusst, dass man das da oben so einfach machen kann. Jetzt machen wir hier noch geschwind drei Kistchen auf und dann kommt ihr in den Stream. Spätestens dann, gell? Nicht vergessen. Revolver machen wir zuerst auf. Die Streams Dienstags und Donnerstags gehen immer so drei Stunden, also von 18 Uhr bis 21 Uhr, weil da auch viele fragen, wie lang man denn da ist. Und die Freitags, die um 22 Uhr anfangen, die gehen eigentlich immer Open End. So, wir machen mal so eine Revolverkiste auf. Komm. Hauen wir mal was Schönes raus, Monsieur. Ah! Schade Schokolade. Wie sieht es mit einer Operation Wildfire-Geschichte aus? Was ist denn da alles drin? Okay. Komm schon. Gib mir was Leckeres. Auf. Yay. Und das letzte Kistchen ist eine Glove-Kiste. Wir nehmen jetzt mal, warte. Das. Okay. Presst die Daumen, Leute. Letzte Kiste für dieses Video. Der Rest geht alles im Livestream raus. Ich mache einfach die Augen zu und erkenne am Sound, was es ist, okay? Mhm. Mhm. Okay. Ich glaube, das ist was, was gar nicht so schlecht ist. Ich bin nicht so schlecht. Ich bin nicht so schlecht. Ich bin echt ne